Man hatte in der Vergangenheit einen Impfstoff, der galt für den damals grassierenden Virustyp Nr. 8. Jetzt haben wir Virustyp Nr. 3 und schon wirkt der Impfstoff nicht. Da musste eigens ein neuer hergestellt werden. Das ist auch passiert, aber die Zulassungsverfahren dauern halt sehr lange. Deswegen hat man dann kurzerhand im Juni für 3 Stoffe, einer davon ist von Böhringer Ingelheim, eine Notzulassung gemacht. D.h. die dürfen jetzt angewendet werden. D.h.